Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Ascended hier aus dem Center mit Omigrod. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Unser Yeti ist ausgewachsen. Schaut ihn euch an. Ich finde es ganz cool, die Dinger legen komischerweise Eier und die Eier werden hier drin aufgesammelt. Wir haben hier schon wieder das nächste direkt. Fertilized Elite Control Egg. Achtet jetzt mal auf den Namen. Elite Fertilized Elite Control Egg. Er ist Control, aber hier steht nichts von Elite. Der hat 10.000 Leben, der Boy. Oder die Dame. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier los ist. Ob ich irgendwas falsch mache oder so. Hier steht auch Elite Control. 10.000 Leben. Ah. Guck mal einer an. Du hast ja plötzlich doch Leben. Oh, du hast zwei Cooldowns? Oder hast du einen Cooldown? Den will ich auf jeden Fall heute mal testen mit euch zusammen. So, wir müssen ein bisschen was testen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Sattel. Einen Sattel. Ja, wir nehmen erstmal den Standard Sattel. Ich weiß nicht, ob wir den imbühen können. Choose Essence Type. Dann müssen wir hier ein paar Elite nehmen. Elite. Required One. Explosion Damage Reduction. Armour Bonus. Okay, Armour Bonus ist gut. Das behalten wir. Und dann bräuchte ich noch einen Cooldowns. Und dann bräuchte ich noch einen Cooldowns. Äh, Metal. Ne, Flak heißt das ja. Flak. So. Äh, hier nehmen wir auch noch mal ein bisschen Elite, bitte. Er kriegt ja halt Rüstung. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Reroll Magic Fragment. All Stats Increase bei 48. Damage Tag Reduce 45. Ja, behalten wir. Nehmen wir. Das sind nochmal 100 Rüstung mehr. So, das ist Nummer 1. Und das ist Nummer 2. Ich weiß nicht, ob das... Also dieses wird auf jeden Fall angewendet. Das ist schon mal ganz gut. So, wir haben keine Jedi Paragon Soul. Die hatten wir auch nicht. Das Einzige, was wir haben, ist... Ne Varian Soul. Ne Varian Soul. Genau. Und dann... Control. Da haben wir auf jeden Fall eine. Da steht hier. Place a soul in the Trophy Sword of Omega Beacon. Guaranteed your next boss will be summoned a Control Variant. Achso, ne. Das kann ich dir gar nicht verfüttern. Also. Ich muss erst mal ein bisschen Heilung rein. Sicher ist sicher. Okay, Fallschaden kriegst du auf jeden Fall schon mal eine Menge. Das ist auf jeden Fall ganz witzig mit dem rumzulaufen. Springen kann er auch. Was ist denn eine Special Attacke? Warum habe ich nur das eine angewendet? Äh. Warte. Hihi. Der Boy sieht cool aus. Lass mal hier durchschwimmen, bitte. Ich muss mal irgendwas anderes töten. Wo sind denn hier Sachen gerade? Hallo. Wie viel Leben kriegst du denn dazu? Ein bisschen. Ich meine, können wir später noch aufwenden. Wenn wir Yeti Paragon Souls bekommen. Dann kannst du hier auf jeden Fall noch, ähm, ich glaube erst Prime draus machen, dann später Apex und dann geht's weiter halt. Ich meine, 400.000 Damage ist jetzt okay, ne? Ist denn hier was, was ich töten kann? Was ist denn hier gerade für eine tote Hose? Was ist denn hier gerade für eine tote Hose? Ich glaube, auf jeden Fall brauchst du ein bisschen Weight. Da läuft doch was ganz schnell. Hallo, hallo. Das Problem ist, der Farmteil hat kein Fleisch. Und diese Angriffsradius ist halt auch nicht so geil. Also auf eine halbe Million, ja, machen wir mal 600k an. Dann kannst du schon mal hochheilen, den Rest machen wir einen Schaden. Weg mit mir. Einfach zur Seite geschubst, das Ding. Was ist denn diese Attacke eigentlich? Was ist das denn für ein fettes Vieh? Okay, damit laufen irgendwie alle Viecher weg. Warum krieg ich so einen Schaden? Also Control ist natürlich jetzt nicht das Geilste, aber das erste Mal, dass wir was gebrütet haben in der Mod. Was schon witzig ist. Oh, ich kann von hier aus runterballern. Das ist natürlich auch witzig. Da habe ich natürlich einen schönen Tank für mich, ne? Hallo? Passiert hier? Hallo? Ja, eine psychose Mist. Na gut. Wir packen dich erstmal ein. Ich würde sagen, wir machen erstmal so einen üblichen Spaß. Wir gehen in die Ice Cave. Ja, auf jeden Fall möchte ich halt noch einen Piet holen. Wenn wir das jetzt wirklich mit dem Breeden machen. Oh mein Gott, hier ist schon der Fall. Dann würde ich natürlich auch ganz gerne gute Fleischfresser haben wollen. Und am besten einen, wo ich halt auch einen Sattel aufziehen kann. Ich sehe jetzt keinen Elite dabei. Das heißt, wir können da voll reinfetzen. Hi! Ich bin zu Hause. Loot, loot, loot. Gebt mir Loot, Legendaries. Das wäre furchtbar nett. Was ist mit dir? Oh, ist das eine Paragon Zone, oder? Nee. Nee. Ein Einhorn. Das ist einfach nur zu krass. Ich will noch meinen Loot ran. Danke. Das ist einfach nur krass. Und du kriegst natürlich auch nicht wirklich die geilen Items raus, aber... Bleiben Sie locker. Bleiben Sie locker. So. Sammeln wir erstmal ein. Ganz wichtig. Ja, vielleicht holen wir nochmal einen Legendary raus. Wir müssen jetzt einmal die Clave markieren und dann sehen wir weiter. Oh, Elite. Aber... Doch. Ah, shit. Was bist du? Was bist du? Was zählt aber das jetzt schon wieder? Ultimate Radioactive. Not tamable. 400.000 Leben. 1.000 Leben. Rampage. Rampage. Easy. Höh. Ich renne halt die Wände hoch durch dieses komische Teil. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Hinter dem Wasser noch. Oh, habe ich da irgendwo Elite gesehen? Dachte, ich hätte da Elite gesehen. Na, komm. Ach, du schande. Ach, du schande. Was ist denn hier hoch? Ich kriege halt nicht alle Items. Die läuft jetzt ja überall. Das ist ja widerlich. Hier auch noch. Dass die halt so da drinnen marken, ist halt nervig. Aber nur gut. Easy is what it is. Wieso bin ich jetzt... Ach so, dieses Spiritual macht mich so schnell. Ist es gut, ist es gut, ist es gut, bleibt ruhig. Ich bin hier gleich fertig. Ach, kann man greifen. Wow. Du bist mein Koloss. Gebt mir Legendaries. Ganz, ganz viele Legendaries. Nur Gammas. Dann weg mit euch. So, die haben wir dann noch einmal da oben und dann haben wir es. Schubidubidu. Kollektiv Saber Twos. Was war das denn? Der ist ja beim Kollektiv gestorben. Uh, warte mal. Ja, das ist ja ganz komisch. Ich nehme mal mit. Du bist die Elite. Was bist du denn? Okay. Einmal zur Base zurück. Die Base, bitte. Gut. Also, wir haben unseren Yeti. Das ist schon mal sehr, sehr geil, aber... Also, sicher fühle ich mich halt noch nicht auf, muss ich sagen. Achtung. Achtung. Oh mein Gott, was wir schon alles eingesammelt haben, ne? Und die Araneo kann man da hinten noch hinpacken. Gut, wie gesagt, ich hätte ganz gern einen geilen Peak oder sowas. Was? Was ist hier gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? An meiner Testinsel. Da waren ja mal sehr viele Piz. Mal gucken, ob wir eine Elite finden. Mir ist relativ egal, welcher Elite das ist, aber... Wäre schon mal cool, wenn es ein guter wäre, den man auch gut gebrauchen könnte. Delta. Ich habe dich nicht mal gesehen, Piet. Was meint er? Wo kriegen wir guten Piet her? Elite, hohes Level. Das wäre Bombe. Gamma Blitz. Delta Gorgon. Delta Gorgon. Pieter an Gorgon. Ich habe es schon. What? Wie ich denn sage, stirb, dann stirbst du. Ah, du wolltest nicht. Okay. Was ist, wenn wir auf so eine Insel gehen? Eigentlich müssten doch hier überall Piet sein, oder? Hier ist ja mal tote Hose. Was ist mit dem Server passiert? Ich habe den nur laufen lassen zum Breeden. Also, dass das unser Yeti auswächst. Wenn ich euch zumindest was zeigen kann. Hm. Das ist ein bisschen komisch. Jetzt hoffen, dass da ein Piet rauskommt. Das wäre natürlich... Boah. Hä? Das ist ein Piet Alpha. Alpha ist aber schon mal ein bisschen näher dran. Trotzdem hätte ich ganz gerne Elite. Aber du bist natürlich 146. Ist natürlich auch nicht schlecht. Alpha, Gorgon, Delta, Gamma, Ray, Control. Uh, ein Apex. Mach ein bisschen Schaden. Komm schon. Danke. Thank you. An Piet habe ich halt gedacht, weil die jetzt schon mal schön schnell sind. Blut. Wieder was zum Gripen. Ich meine, da sind auch mal fünf bis zehn Seelen oder so, wenn die übrigens die Primitiven sind. Von daher einfach mitnehmen, ne? Kann man Gripen. Wir haben doch Speedhack hier. Naja, viel schneller wird's auch nicht, ne? Warte mal, Cursed Female Compi. Warte mal, Cursed Female Compi. Ich würde ja mal mitnehmen wollen. Wow, 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 stopp, 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 bist du? Bleib ruhig. Ganz, ganz ruhig bleiben. Immer diese aggressiven Compis, ne? So, gib mir doch mal ein Elite-Pete, bitte. Aber hier ist ja nichts los. War nichts. Oh, nichts. Dieses Wegboxen ist sehr witzig. Das ist so ein Witz. Oh, wenn wir dann erst mal ein Breeding-Pete hätten. Es gibt ja auch hier, das wollte ich noch nachgucken übrigens. Hier gibt's irgendeinen Breeding-Paragon. Ich weiß ja nicht, was das bedeutet. Ich dachte, das ist einfach, wenn man das mit einer verpaart. 7.000 Dinos damit töten. Oder 700 allein. Das hat dem ja mal gar nichts ausgemacht, ne? Also im Vergleich, wenn du jedes Mal in diese Höhle gehst, ne? Ist das hier... Ist das ein Paradies, weil es einfach so ruhig ist? Resilient. Welter Eis. What? Gamma. Astral. Das ist hier jetzt nicht so geil. Können wir mal... Redboot sind ja auch immer viele, ne? Ich hab viel zu viele Teleport. Warte, ich sag's euch aber... Ich hab halt keinen Bock, hier abzureißen. Wow, 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 da ist einer. Noch einer. Gamma, Gamma, Gamma. Überall Gamma. Du bist kein Piet. Gamma. Nichts. Delta. Gamma. Gamma. Was ist denn hier los mit Gammas? Oh, Beta-Kloner-Thüler. Die Tür ist natürlich auch geil, ne? Oh, man, Leute, hier ist was los. Hier ist gar nichts los. Hier ist alles dead. Z is dead, baby. Z is dead. Delta. Dies ist so schwer. Aber ein paar Seelen gesnackt. Delta. Soul-Kano. Gamma. Nur ein normaler Soul-Kano, ne? Ja. Elite-Gorgon. Weißt du das? Ja. 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 Gute Nacht. Ja, komm. Nice. Eingetötet. Oh. Die wollte ich jetzt nicht haben. Äh, Base. Base, Base, Base. Ja, geilo. Was zur Hölle passiert hier in der Base? So. Jetzt haben wir... Paragon Souls. Nein, ich dachte, hier hätte Pteradon. No. Ich habe gar keine. Shit. Was bist du? Gorgon. Vavarian Souls. Gorgon, auch nur zwei. Äh, was hatten wir bei Vos? Master Soul. Ha! Natürlich aber keine. Hm. Schade. Ich dachte, wir hätten eine Pteradon. Warte, warte, warte mal. Haben wir... Paragon. Achso, hier. Companion Boogeyman. Zombie. Stalker. Achso, okay. Dafür haben wir einen Sattel. Den Sattel... ...können wir noch im Viewen. Type Essence... ...prime... Oh, 16. Upsala. Damage taken, reduced. Okay, das ist gut. Swim Speed? Okay. Damit ist Wade auch anledigt bei dir. Wie schnell bist du jetzt? Bist du relativ fast, ne? 44.000 leben, 46.000 leben. Was machst du für einen Schaden? Was ist deine Attacke? Ach, du bist auch wieder Gorgon. Ne, das hat aber Control. Gorgon. Was bedeutet das? Was machen für Schaden? Ich kann ihn... Oh. Ja, doch. Hast ein bisschen Damage gemacht. Was hast du noch? Ja, cool. Aber damit können wir jetzt rumfliegen und gucken, ob wir was finden. Finde ich. Ah, so ein geiler Spino von Elite direkt. Würde ich, glaube ich, auch snacken wollen. Wie gesagt, ich würde aktuell jeden Elite mitnehmen, den ich finden kann. Um da irgendwann mal... ...ne richtig schöne Zucht hinzukriegen. Und nebenbei kann man ja beim Fliegen immer noch gucken, was man da findet. Gamma Soul. Das Ding hätte ich ganz gern weggemacht. Wenn ich's treffe. Wow. Ach, du Schaden. Danke. Geht doch. Oh. Hallo? Gib mir mein Loot. Oh, warte mal. Ich hole mir das gleich. Wo wüsst du denn jetzt? Äh, du hast den Piet gehittet, ne? Der ist tot. Ich hab ihn auch gestöpelt wahrscheinlich. Shit. Ärgerlich. Was geht hier so ab? Hier sind Zahlen, Leute. Ja. Bis zu was, da geh ich lieber in die Hülle. Ich fixe den Überblick. Und ich kann hoffentlich dann Wölf irgendwann reden. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Cursed Yeti. 150. Ultimate Family Yeti. Zweieinhalb Millionen Leben. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das wird jetzt übel. Was war das da hinten? Apex Yeti. Scheiße. Müssen wir jetzt Glück haben. Also, das ist... Rampage. Ja. Ich sehe nichts. Alter. Er ist was. Oh, ich hab ihn. Halleluja. Halleluja. Die Pauschas gehen ab. Hier ist aber noch einer. Oh, warum fliege ich denn so? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Oh mein Gott, was war das? Die Prime. Hier geht die Party ab. Noch irgendjemand ohne Fahrschein? Könnt ihr euch mal beruhigen mit den Drops? Irgendwo war hier hinten, glaub ich, noch was? Oh ja. Äh. So. Schön, wenn wir die Wände hochschleifen, äh, hochschleifen, dann hochlaufen kann. Hät? Wo? Das hab ich gesehen. Na oben. Wir haben mal gut weggeräumt, die Dinger hier, ne? Das war doch schon mal sehr, sehr cool. Ich meine, da räume ich jetzt noch weiter, auch so ist es nicht. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Abschluss der Folge. Was haben wir jetzt noch gekriegt? Das ist von meinem Tierchen. Wir haben die Tech-Hose gekriegt. Cool. Ich muss nur... Oh, da krieg ich State Potions. Geil. Explosive, Familiar, Cloner. Warte, wer weiß? Achso, Araneo. Food. Ich könnte ihm Food geben, meinem Guten hier. So, dich holen wir nochmal raus. Keine Ahnung, was wir mit dir sollen, aber... Wir packen dich einfach mal hierhin. Unsere Sammlung wird größer. Unseren Yeti lassen wir mal. Dietl lassen wir auch mal im Inventar. Foodie. Ich würde da noch ein bisschen rumziehen. Muss mir eh noch neue Pfeile machen. Auch gee. Und... Alles raus. In diesem Sinne, würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen. Bis dann, ciao, ciao.